so was trinken wo wollen wir landen eigentlich ja ich bin schon rausgesprungen dann lass doch zu deinem baum gehen ich hatte gesagt erste der erste pokémon wird ja nicht so ist ja nicht so von nintendo aber wenn du meistens so was lange viele domtendo die anderen wo ich domtendo früher auch gefeiert hat mit seiner art ja ich glaube vor fünf jahren das letzte mal richtig dann hat er ja auch versucht alles nur noch künstlich zu machen das ist scheiße lief ja läuft es auch scheiße das ist einer mein baum gelandet aber ich war schneller der tod noch nicht aber jetzt gesagt hat mir auch nicht gefallen seitdem gucke ich gefühlt auch kaum mehr irgendwas nintendo mäßig höchstens wie er ist auch gut am durchstarten aber es ist auch wieder nur so klassisch wobei auch sagen muss dass wir die neuen pokémon spiele das auf keinen anreiz habt die anzug und schwert pokémon schild du hast problem ich weiß nicht wie du mit problemen umgehst weil ich habe ein problem reagiere sehr negativ ich weiß doch noch eine granate naja ich habe mich gerade selber was denn mit einer pistole schaffst du eine ich habe mich selber fast weggefetzt um den granaten hier ich wollte mal den kohl reinhauen deswegen habe ich das gemacht die pistole bleibt die hat mir gute diese geleistet noch ein Problem leiblich aus also wie oft kann man daneben schießen lang du nicht drauf geguckt was werde ich nicht bilder über leistung wirklich ich habe keine waffe keine wahren sich ich habe kein leben ich glaube es waren hoffentlich alle hier ist energie aber die hast du bestimmt die habe ich noch nicht ich habe mich für ein einzelnes video angeguckt aber ich konnte es bei 0 merken wo wir in sonat kampfschaden nächste aufgabe fertig was habe ich denn noch so zerstöre bäume eismaschinen so spräuche habe ich durch neustart und wiederbeleben bei teammitgliedern das ist nicht unmöglich ist nicht unmöglich das stimmt wenn du an deiner folge vor dem urlaub an jetzt glaubt dass dass du die kann ich einmal tamas kommen die schlagen denkst du gerade groß nach ein eisrucksack ist schon fast geschmolzen war da jemand nur ein hydrant das einzige was ich mich frage ist ja jetzt hier landet einer bei uns soll dann ich habe einen feilschirm gehabt ich habe ihn nicht gesehen ja ich bin an ihm vorbeigefahren hast du den oder nicht er habe ich der alleine ja war allein glaube ich ja wenn er direkt gestorben ist ach so ja hast du auch recht der hier die so fahren wir jetzt sind alles sträucher ich weiß nicht ob bei meiner aufgabe ob da noch eine stufe kommt oder ob ich auch schon alles durch aber die hecke zählt auch als strauch wenn wir dann schon mal hier sind kann man es auch abgehen auch hier ist noch eine legendäre kiste auf dem dach da kam ich ja nicht hin weil ich das war so schön mit lila pistole das war lila als gar nicht obwohl ich die pistolen gar nicht so schlecht finde wenn du damit gut umgehen kannst ja stimmt was los? ich wollte ihn weg machen Oh, so. Wow. Ich halte aber eine Uni, Mann. Ich glaub, der ist agro auf dich. Das ist einer, oder ist das einer? Nein, ist einer. Warte, nicht. Das ist immer, wenn die Leute rausgehen. Ey, da kommen wir halt. Eben die Pistole. Deswegen, ich kann viel besser mit Pistole. Ja, aber Lila ist die extrem langsam, ne? Ja, das ist die Sniper-Pistole. Das ist ja keine normale Pistole. Das ist auch mehr Sniper-Munier, ne? Deswegen sage ich, wenn du aber damit triffst, machst du auch nicht damit. Damit hast du halt ein höheres Potenzial zu treffen, als mit einem Scharfschützengewerb im Gefecht. Der hat mir auch schon wieder so viel Blue-Life abgeführt. 20 wertvoller Pistole. Ich krieg's vor Leben. Ich krieg's vor Leben. Ich krieg's vor Leben. Das ist scheinbar. Das ist scheinbar. Vorsicht, Alter. Wenn du auch was bist, natürlich. Da sind noch Kisten. Kannst du auch haben. Auch keine. Ist echt nicht dein Fall die Handkanone? Ich hab' mich gerade gewundert, warum ich schon wieder eine Lila habe. Hab' ich die eben nicht rausgeschmissen? Also entweder du bist gerade rechts am Haus vorbeigelaufen oder ein Gegner ist rechts am Haus vorbeigelaufen. Ich hab' ein Schweinchen. Das sieht ja aus. Nee, das Spannchen nicht. Das ist nicht. Ich hab' mir auch vorbeigelaufen. Ne. Bringen die überhaupt noch so wirklich was? Auch nur eine Aufgabe, jage Wildtiere. Ja. Ich weiß nicht, ob auch noch esse Fleisch oder sammeln Fleisch auch noch eine echte Aufgabe ist, die sich sammelt. Hallo zusammen. In neuen Super. Ah, yes. der tik tok ein zuschauer ist zwei hatte hier wollen es ja langsam angehen lassen jetzt steht wieder einer sieht man zu gleich begrüßt gleich weggehen ja vielleicht und noch ein tik tok spruch gemacht wenn es ein hardcore fändes hat es vielleicht das auch schon versaut aber muss sagen bis jetzt immer also man hat so ein zwei doofe kommentare mal bei tik tok dazwischen aber ich habe wir noch nix wirklich fieses oder was völlig daneben war gehabt in deinem kanal soll ja ungefähr jugendfrei bleiben denke ich mal ende jetzt eine leicht bekleidete dame rein stellen würde dann wird es aber das ist so positiv und negativ und aber ich meine es ist ja kinder unter kindern sind kann auch ganz schön als ich sein wenn dann kolender irgendwas macht hätte ich schon erwartet dass da abletzten zehn leute irgendwie auch welche schreiben die kacke alles ist heute ein der fieseste kommentare heute war von irgend so einer schnäpfe in der reingeschrieben hat dass es ihr völlig egal ist ob ich in pool springe oder nicht sind das so ein krisis kind kaufen kommen man ja warte nicht ja wie warte nicht dann los was hat ja dann macht doch in fertig ich gucke auf den anderen ich sehe noch gar keine jahre ist doch das ist ein busch toll genau das was ich nicht wollte weg vom busch jetzt ist er bei mir euch was die krise aber danke hast du nicht so problem erschießen 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 doch einfach er schießt ihn doch klar er schießt ihn Dennis Halt gedrückt bitte nicht dass es wieder bei 0,0 abrennt erschieß ihn doch ich kann nicht mehr hast du gut gemacht ich weiß nicht er war ja tot er schieß ihn doch dann muss ich es wohl gut gemacht haben wenn er tot war am Ende du hast noch was klein hast du noch was kleines zum heilen wir müssen weiter nein ich hab nichts hast du dein wildschweinsteak nicht mitgenommen nein hab ich nicht also insgesamt wir haben ein bisschen klappt es schon nee was wollte ich sagen fährst du immer oder gehst zu fuß die schöne brücke lang lange Ende ja alles scheißkinder kommt heute kommt heute so ein kleiner knirps an und sagt erstmal guten morgen ja dachte ich auch in welchem füllen bin ich sonst labert ihr mich auch alle immer nur dicht egal was ich mache nee nett gegrüßt ja ich weiß nicht ich fand es total sch... ich hab ja nichts dagegen aber wenn du schon merkst dass die kleinen so frech sind na gut vielleicht wissen wir auch nicht viel in ihrem Alter aber ist auch nicht gerade geil kleine knuspratt hier und der war freundlich und weiter gefahren mit seinem fahrrad musste ich nicht mal vom fahrrad schubsen ach nee bereite sie dich schon auf den sieg vor eigentlich ja du nicht jetzt nicht mehr nein jetzt noch nicht ich heil mich kurz mal hast du mit angeschleppt jetzt hier nee nee ich hab dich aber angeschleppt abgeschleppt was machst du denn ich hab das zugebaut hey knall doch wenigstens nach rechts ich hab mich auf den sieg vorbereitet ja das war deine frage bevor ich auf die geschossen hab was macht denn der da da wartet wieder so ein Assi im Busch ne also wirklich ja du ich hab grad ein anderes Problem na ich bin recht tot das ist doch nicht mein Problem kein Problem ich muss kotzen bei dem scheiß Busch gekämperrt der Vollidiot ja ich krieg die krise warte mal nicht so laut trinken meine ach da bist du wo ist dann ja komm komm raus du bist unter mir du bist doch noch ein ja 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 und dati sah der mein sieg die runde kippen aufnehmen und dann ab gehts youtube danke So, Sieg in dieser Season gemacht.